Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vessel hier in Schnobis Playground. Ähm, ich hab grad fast die Steuerung vergessen. Es geht hier eigentlich darum, dass hier dieser gute Junge irgendwie so ne, äh, lebenden Wasserwesen erfunden hat oder so. Und einer davon hat ihn jetzt bei sich zu Hause ausgesperrt. Und jetzt möchte er gerne wieder nach Hause zurück. Ups. Ja, und das war's auch schon. So weit von der Story, wie ich das kenne, weiß. Man muss hier verschiedene, äh, Rätsel lösen. Um sich so durch die Level zu manövrieren und wieder nach Hause zu gelangen. Deswegen mach ich den Kram, also ich, ich füll den Kram hier erstmal voll, um die Schalter zu aktivieren. Irgendwas bringt's immer. Und wo dann der Sinn des Ganzen ist, das hätte ich hoffentlich dann im Nachhinein, ähm, zu sehen bekommen. Ich lass den hier erstmal vollfüllen und guck dann. Genau, mit diesen Maschinen hier erschafft man die Wasserwesen. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, aus den vorigen Teilen. Bzw. die die vorigen Teile nicht gesehen haben. Und diese Wasserwesen stehen einfach drauf, Knöpfe zu drücken. Die drücken alles an Knöpfen, was sie finden. Und ich hab keine Ahnung, was das grad bringt, um den Kram unten voll zu machen. Ich weiß nur, dass dieser dämliche, kleine Blob dafür sorgt, dass die Türen hier schnell nicht auf und zu gehen. Und das ist wohl auch der Sinn der Sache. Dass er hier hin und her rennt und die Türen auf und zu macht. Und ich muss versuchen, indem ich die bestimmten Knöpfe hier auf der richtigen Seite aktiviere, durch diesen Wasserstrahl, dass sie dadurch, ähm, verfügbar werden, die Knöpfe. Versuche ich ihn dazu zu bringen, hier immer hin und her zu rennen. Und mir somit die Tür aufzumachen. Au, nein, nein, nein. Das war nicht gut. Genau, so möchte ich das haben. So, jetzt mach ich ihn wieder auf. Braves Blobchen. Banzai! Gut, dass da Wasser war. Und gut, dass das Wasser wie so eine Wand... Naja. Ja. Die Animation des Wassers ist nicht so unbedingt überzeugend gestaltet, aber was soll's. Wichtig ist ja an diesem Spiel... Das Spiel, ähm, das Rätseln und vor allem das Lösen der Rätsel. Jee, ein Brunnen. Auch wenn das mehr so aussieht, als wenn er ein Rohrbruch ist, aber... Der Problemnehmer. Neuer Protokolleintrag. Ach, der Probennehmer. Hupsi. Dieses Gerät soll die Essenz von Fluoros sammeln und sie in einer tragbaren und reproduzierbaren Form speichern. Extrem hilfreich, wenn man Fluoros an schwer zugänglichen Orten erstellen will. Zum Aktivieren benötige ich ein Fluoro als Quelle, wobei die entnommenen Proben leider auch etwas Kollateralschaden erleiden können. Okay, krieg ich jetzt wohl einen tragbaren Probenmacher. Scheint, als ob ich hier noch irgendwie Wasser benötigen würde, um das... Also, ich brauch auf jeden Fall erstmal so ein Fluor-Ding. Das muss ich dann wohl hier, äh, hinlocken. Damit entnehme ich dann die Probe, wenn das Ding da drunter steht. Und mit den Leuchte-Dingern hier, ähm, schiebe ich sie immer... Ups, hin und her, denke ich mal. Könnte ich irgendwas machen? Ja. Also, geh erstmal weiter nach oben. Und da schaffen wir ein Fluoros-Ding. Schnell, schnell, schnell. Der müsste ja gleich da sein. Da ist er auch schon. Schiebe ich ihn erstmal nach links. Mist. Ja, dann... Ich hab ja hier... Versuche ohne Ende. Nein! Ach. Ich bin ja bereits aus meinem Let's Play Limbo-Videos nicht unbedingt für mein super gutes Timing bekannt. Deswegen können solche Rätsel hier... Nein! Ja, länger dauern als geplant, wollte ich gerade sagen. Da oben jetzt die Kurbel drehen. Und dann sauge ich das Ding auch schon ein. Und jetzt... Und jetzt... Ach. Zieh einfach mal da dran, das wird schon stimmen. Hey! 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 Mein eigenes Fluoros-Dingsbums-Ding-Sie-Marie. Neun Samen erhalten. Sameninventar Z. Samen fallen lassen unternehmen E. Und Samen anwenden Q. Drücke ich nochmal Z. Neuer Protokolleintrag. Verwendung von Samen. Habe ich jetzt das Inventar noch offen gehabt zwischendurch. Verwendung von Samen. Endlich habe ich eine portable Möglichkeit, um Fluoros zu installieren. Ich kann sie einfach an eine beliebige Flüssigkeit geben und schon bildet sich ein Fluoro, der bereit zu helfen ist. Außerdem weisen diese Samen eine starke molekulare Anziehungskraft für jegliche Flüssigkeit auf. Dieser Nebeneffekt könnte bestimmt auch von Nutzen sein. Das heißt, ich drücke die 1. Ne. Als erstes nehme ich den Samen. Schmeiße ihn in eine Flüssigkeit und dann steht ein Fluoro. Okidoki. Das werde ich dann ja wohl hier irgendwie eine Chance bekommen, das zu testen. Denn da oben komme ich ja nicht weiter. Deswegen renne ich mal wieder zurück. Warte. Und gucke mal, ob ich hier nicht rechts irgendwo einen Samen ablegen kann. Ach, hier stimmt. Hier war ja der Brunnen. Wird daraus jetzt ja da wird daraus im Fluoro. Dankeschön. Danke, jetzt noch die Mitte. Danke, danke. Und den wieder. Ja. Vielen Dank. Okay, dein Freund und Helfer. Kann ich durch? Schade. Nee, nicht da hoch. Hier runter. Und. Ach. Ach, ich glaube, jetzt muss ich hier so ein Fluoro-Dings da hinpacken, damit das das Wasser anzieht. Habe ich vielleicht auch mehrere davon, gleichzeitig? Ja. Dann packe ich da auch noch ein Fluoro-Dingsbums hin. Und andere. Okay, das hat nicht geklappt. Dann packe ich die... Schmeiße ich die oben durch. Lass die da runterkollern. Oh, andere Richtung. Das sieht doch richtig aus. Na komm. Ach, nicht dagegen springen, da hoch springen. Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Was bringt mir denn der Fahrstuhl jetzt, da genau? Hm. Keine Ahnung. Ich renne erstmal weiter hier nach. Da komm ich gar nicht. Okay. Hey, du darfst du mich mitnehmen. Sausack. Vielleicht kann ich den dann... ...den Fluria da draufpacken, dann wird der hochgeschleudert. Tada! Also schon tricky. Also nicht schwer, aber es macht auf jeden Fall schon mal Spaß. Das ist ja auch das Wichtigste daran, denke ich. Na komm. Ja. Ja. Hm, 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 hm. Ach, Fist, Mist, Mist, Mist. Juhu! Keine Ahnung, ob die irgendwann auch leer gehen, denn ich hab ja jetzt ein paar hier weggeschmissen. Hä, war da nicht oben noch einmal drin eben? Ich hab doch da gerade einen durchgeschmissen, oder nicht? Wo ist der denn jetzt hin? Nächster Versuch! Oh, Mist. Jetzt aber... Ach, die lassen sich da wegspülen, die Dinger. Ah, das müsste jetzt aber funktionieren. Perfekt. Ach, der saugt sich schon mal vorsorglich voll. Kommst du auch mit? Ja, ich darf den aber nicht berühren, weil er sonst wieder zerplatscht. Tja. Ich lege hier schon mal vorsichtshalber einen ab. Vielleicht brauche ich den gleich. Oh, das scheint gerade wieder runtergesprungen zu sein vom Knob. So, jetzt brauche ich irgendwie eine Wasserquelle. Das ist auch schon eine. Aber möglichst andere, wo ich auch rankomme. Ah, es wird ja hier vom Wasser angezogen. Vielleicht geht das auch durch die Wand. Dann pack ich den mal da hin. Bisschen näher an. Doch. Dann jetzt noch auf die andere Seite. Ha, 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 ha. Ah, das ist vielleicht noch zweit weg. Ein bisschen kommt es ja hier wieder zur Seite. Ja, das müsste reichen. Saug dich voll und dann machen wir den Knob auf da. Danke. Unbegrenzte Rekursion? Erstaunlich. Mein Arbeitsraum scheint vollständig mit Fluores überflutet zu sein. Die Quelle kann nur der Fluoro sein, der mich unerwartet ausgesperrt hatte. Abgesehen von ihm war das Labor steril. Dieser Automat muss irgendwie eine Möglichkeit gefunden haben, um sich durch die Maschinen im Labor selbst zu reproduzieren. Ich muss dafür das sofort beenden. Wieso? Ich mag die Fluores. Solange sie mich nicht zerquetschen zumindest jetzt. Nein, boah. Lass mich durch, lass mich durch. Okay, dass die hier so rumtrampeln und alles mögliche aktivieren, ist vielleicht nicht so prägend. Ah, wie kann ich das Ding bewegen? Na, so dürfte ja jetzt kein Wasser mehr da hinkommen, um neue Fluores zu reproduzieren. Ach, hier komme ich gar nicht hoch. Okay. Lauf ich hier zurück. Ah, den hat er nicht ganz erwischt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme so sehr mitbekommt, aber in diesem Level ruckelt das gerade extrem. Ich glaube, dafür ist mein PC, auf dem ich das Ganze aufnehme. Knapp. Noch etwas zu schwach. Schau, Kick. Ey. Geh noch nicht. Dann leb halt weiter. Da das ja hier schon recht, ähm, aufwendig ist alles, gerade ziemlich viel auf dem Bildschirm passiert, kann das gut sein, dass mein Rechner das nicht so ganz mitmacht. Ich will es natürlich nicht hoffen, aber es kann immer mal vorkommen. Ah, leck, leck, leck. Okay, du springst jetzt auf den Hammer. Na, komm hoch da. So. So. Kann ich den da vielleicht durchquetschen? Hier dran kann ich gerade nichts machen. Was, es gibt Doppelsprung, den es natürlich nicht gibt. Na super, jetzt muss ich zurück und das mit Teel drehen, damit ich da, äh, Wasserversorgung hochbekomme. Der ganze Spaß umsonst hier. Der ganze Weg. Ah, dreh, 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 dreh. Komm. Ein bisschen weiter wird es doch noch gehen, oder? So, jetzt aber. Schnell hier vorbeihuschen. Hier selbst. Die vernichten sich alle gegenseitig hier. So. Da ich den wahrscheinlich auch gleich brauchen werde, drehe ich den nicht nur vom Gerät weg, sondern auch direkt da hoch. Ich dachte, ich soll hier einfach nur die die Versorgung, also die Wasserversorgung unterbinden. Damit die Geräte da unten kein Wasser mehr bekommen und somit keine Fluores mehr produzieren können, aber scheinbar hat das doch noch ein bisschen mehr damit auf sich. Doofsau. Ich spreche noch nicht darauf, wer nicht da durchfüllen. Wobei ich ja letztens von einem ähm, anderen Let's Player ein ganz, ganz tolles Schimpfwort, äh, mitbekommen habe. Und zwar Käsekuchen. Das ist mein das Lieblingsschimpfwort. Das ist das neue Scheiße. Scheiße sagt man ja nicht. Den Knopf aktiviert man bestimmt das Wasser. Hier kann ich nur meinen Weg nach hinten wieder also, dass ich nicht immer den ganzen Weg laufen muss wahrscheinlich hier. Machen, so. Hoch. Oh, ich bin hoch. Okay. Wahrscheinlich genau dafür, dass man das Ding besser ausrichten kann, damit sich das ganz dreht. Ohne ständig den ganzen Weg zurücklegen zu müssen. Denn das war echt nicht so prickelnd gerade. Irgendwie muss ich da vorstuhl auch bewegen. So, vielleicht? Sieht auf jeden Fall besser aus. Ach doch, da ist der Fahrstuhl da oben. Ach nee, gar nicht wahr. Das ist... Der Fahrstuhl ist da oben. Jetzt muss der nur noch aufhören. Stoppe ich den mal, damit der Fahrstuhl runterkommt. Dann schnell draufhören. Ach, der war noch gar nicht unten, oder? Doch. Okay. Muss ich noch ein bisschen länger stoppen. Na super, jetzt kommt gar kein Wasser mehr. Hö, hö, hö. Dann müsste er ja immer noch nicht unten sein. Nein, nicht wieder hochschicken, nicht wieder hochschicken. Nein, böses Wasser. Oder ich lege hier einfach einen zum Teil ab. Und er saugt sich dann voll. Da müsste der Fahrstuhl erstmal runterkommen. Böses Wasser. Schön den Blob vollsaugen. Fahrstuhl runterlassen. So ist brav. So, jetzt darfst du das auch wieder aktivieren. Bein mir ab, Scotty. Kommen, ein Stück noch. Braver Fahrstuhl. Ich bin wieder im Labor. Glaub ich. Okay. Den muss ich jetzt irgendwie wegbewegen. Da komm schon, dreh dich. Ja, nicht ganz so weit. Ich denke mal, es müsste so klappen. Hm, nicht ganz. Ja, ganz so weit auch nicht drehen. So. Der spritzt zu kurz. Aber vielleicht muss ja das Wasser auch angesucht werden von denen. Na, komm hoch da. Ey, sag bloß, ich komme doch nicht rüber. Geht doch. So, lege ich da einen hin und da einen rein. Dann nochmal den Knopf aktivieren. Dann wirst du das Wasser da reinfliegen. Ich bin so gut. Ich möchte mich ja ungern selber loben, ne? Aber ich bin sowas von genial. Das glaubst du gar nicht. Die Werkzeuge sind schuld. Für das Chaos, das diese Flurus angerichtet haben, kann ich sie nicht verantwortlich machen. Sie sind einfach nur Werkzeuge, die ihn aufgetragenen Aufgaben erledigen. Also die, die ihn in den aufgetragenen Aufgaben erledigen. Wie bei jedem mächtigen Werkzeug muss man Sicherheitsvorkehrungen ergreifen. Ich habe Berichte über ein ähnliches Chaos gehört, das in einer Fabrik in der Nähe durch Flurus verursacht wurde. Ich muss mein letztes Ausrüstungsstück fertigstellen und die Sache näher untersuchen. Yay, neues Equipment. Wenn ich dann hier auch wieder hochkomme. Ups, ich wollte eigentlich keinen neuen nehmen. Ich wollte den alten aufheben, aber... Doink, doink, doink. Jetzt habe ich aber gerade zufällig herausgefunden, wie ich einmal abgelegte Flurus wieder aufnehme und wieder ein neuer Protokoll eintrage. Erfindung von Flüssigkeitskontrolle. Es hat sich ganz klar herausgestellt, dass ich mehr Kontrolle über Flüssigkeit benötige. Zur Erfindung eines solchen Geräts müssen drei Schlüsselkonzepte entwickelt werden. Also, und kombiniert werden. Ups. Erstens, Flüssigkeitsaufbewahrung. Zweitens, Flüssigkeitsdruck. Drittens, Flüssigkeitsabsaugung. Ich muss jedes Experiment abschließen und mir die Macht von Flurus und Samen zur Nutze machen, um die benötigte Ausrüstung zu erstellen. Da geht's zu einer Pustelle. Jo. Ähm. Hm. Hey. Bonsai. Ich hab keine Ahnung, wo ich damit hinziehen soll. Ich drück erstmal auf den Knopf, um zu gucken, was passiert. Und job. Hey. Job. Na, komm. So. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ach, da unten kommt Wasser raus jetzt. So unten rechts. So. Mal gucken, was jetzt passiert. No, nicht ganz. Kann es sein, dass das Wasser oben eine andere Farbe hat oder so? Hm, 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 hm. So, hab ich das jetzt schon genug bewegt, oder? Tom. Das sieht doch gut aus, oder? Ich würde ja sogar fast schon sagen, perfekt. Ups. Dumm. Und. Dumm. Verdammt. Höher. 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 Oh. Jetzt will ich mich verarschen. Ich will höher. Hoch und hoch. Juhu. So. Der Strahl. Ich werde mir erstmal so ein Ding besorgen. Damit ich nicht jedes Mal zurücklaufen muss, um den Knopf zu drücken. Irgendwie möchte das nicht so unbedingt. Aber da wird zumindest kein... Floro draus. Das Wasser bremst den Flug natürlich. Blödes Wasser. So. Den noch ein bisschen höher. Ein Wunder, was der hier alles für Fallschaden aushält, dieser Typ. Na, knapp. Ganz kleines bisschen höher noch. So weit, so gut. Jetzt ist nur noch die Frage. Also den rechten stechen noch ein bisschen runter. Na, komm noch mal ein bisschen hoch hier. Ob, da war ich schon drauf. Der soll dann da unten rein... Spritzen. Und den lasse ich da oben, da wo es leuchtet, rein. Bis was ich versuche es zumindest. Na. Nochmal. Ja. Diesmal nicht ganz so hoch, aber... Ich will mich ja nicht beschweren. Spritz. Na, der obere trifft nicht, schade. Der muss noch höherer. Höherer, rar, rar, rar. Möglichst nicht übertreiben mit der Höhe, sonst muss ich gleich wieder hochlaufen. So, die ersten beiden sind ja schon mal gut. Nein, noch höher. Gleich ist er bestimmt wieder zu hoch. Aber naja. Hopf. Na, komm schon mal. Bitte, 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 bitte. Nein, doch noch nicht so hoch. Im Gegenteil. So, jetzt ist er aber zu hoch. Pola, 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 pola. Das sieht doch gut aus. Es ist nur noch der... Links unten. Zweit rechts. Oh. Nee, nicht hoch. Und dann ist es hoffentlich auch gleich geschafft. Ach, da war ja, ist ja schon was da drin. Ich hatte den eben schon getroffen. Yay. Ich hab irgendwas bekommen. Also, warte. So. Ach, komm schon, auf da. Das erste von drei Bauteilen. So, mit dieser Errungenschaft mach ich jetzt auch erstmal den nächsten Break. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Vessel. Also, bis dann und bye bye. Bye. Vielen Dank.